die dhv news vom 18 februar 2022 interview kirsten kappert-gonter grüne keine entkriminalisierung ohne legalisierung herzlich willkommen bei den dhv news wir drehen ausnahmsweise freitag früh und vielleicht auch immer demnächst ja jedenfalls probieren wir es mal aus und ich bin kurz vor einem termin im bundestag ohne kamera ja so wir führen auch gespräche ohne dass wir sie komplett irgendwie euch zur verfügung stellen das muss auch mal sein jedenfalls muss ich jetzt hier mal ein bisschen durch flutschen und fang an mit dem interview kirsten kappert-gonter viele werden es gesehen haben oder zumindest in teilen und ich zitiere ein paar sachen daraus waren einige stellen dabei die ich wirklich mitteilenswert finde und die größte diskussion war wieder wie sieht es aus mit der schnellen entkriminalisierung der konsumenten wenn denn die legalisierung erstmal mit dem ganz großen programm noch recht lange dauert habe ich mehrfach nachgefragt hier die kirsten kappert-gonters antwort auf mein erstes nachfragen zum thema schnelle entkriminalisierung und also ich sehe das ein bisschen ambivalent ich will das mal versuchen zu erläutern ja was ich will und wofür ich seit jahren und ein jahrzehnt ja auch in kooperation mit euch streite ist die kontrollierte freigabe ja das ist für mich für den jugendschutz für den gesundheitsschutz sozusagen das was wir brauchen damit die leute einfach wissen was sie bekommen was sie konsumieren dass sie sicher sein können dass da keine irgendwie beimischungen geriebenes blei und so weiter ist ja alles bekannt bei sind und vor allem auch wissen welche qualität sie bekommen dass sie keine synthetischen cannabinoide bekommen die sie nicht wollen und all diese sachen das ist für mich das sozusagen leitmotiv warum ich mich dafür so eingesetzt habe und weiter einsetzen wenn wir jetzt nur entkriminalisieren würden das würde die justiz entlassen gute sache ja die liebforderung sind ja so in sich schlüssig würde aber für den jugend und gesundheitsschutz erstmal nichts bringen außer dass die menschen natürlich eher wenn sie merken sie kommen nicht so richtig klar mit ihrem konsum sich auch beratung holen das wäre schon auch ein punkt richtung gesundheitsschutz aber sozusagen die ganze linie ist es nicht und meine sorge ist dass wir weil dieses thema ist wirklich kompliziert und wir haben jetzt diesen beschluss im koalitionsvertrag stehen aber das heißt ja nicht dass die gegner der kontrollierten freigabe also sozusagen die prohibitionisten auf einmal verschwunden werden ja die sind ja überall noch da und das risiko dass wenn wir jetzt entkriminalisieren dass wir dann auf halber strecke stehen bleiben das ist nicht von der hand zu weisen und ich will das nicht haben gut dann habe ich noch mal nachgefragt ob denn dieses argument dass man wenn man nur entkriminalisiert und nicht legalisiert gleich holländische verhältnisse kriegt und dann riesige gang probleme hat das zeigen wir euch auch mal das argument dahinter ist ja neuerdings ja seit ein paar wochen auf einmal wenn man konsumenten entkriminalisiert kriegen wir holländische verhältnisse davon profitieren irgendwelche gefährlichen gangs die auch entsprechend gewalt anwenden und so weiter ist das für dich ein plausibles argument wenn man entkriminalisiert haben wir banden wenn man nicht gleichzeitig legalisiert fördern wir banden durch entkriminalisierung ist das macht hat für dich sinn ja es macht für mich partiell sind also ich weiß dass man das also dass es da sehr differenzierte positionen zu gibt und dass das so in dieser sozusagen schlichten absolutheit die du jetzt vorgetragen heißt so auch nicht schlüssig ist aber wir werden natürlich über die entkriminalisierung weiter die situation haben dass die konsumierenden auf dem schwarzmarkt kaufen müssen ja das ist ja sonst nichts anderes gibt und der schwarzmarkt gefährdet ja nun die konsumierenden ja weil sie einfach überhaupt nicht wissen was sie was sie kaufen und konsumieren das heißt schlimmer wird und nicht gleich bleibt ja aber schlimmer das glaube ich auch nicht aber es würde eben auch nicht besser werden ja die antwort hat mich am meisten gewundert ja also das ist quasi auch diese diese geschichte glaubt scheinbar oder zumindest erst mal ja ja das stimmt schon ohne dann weiter darauf einzugehen eigentlich merkwürdig komme ich später noch mal zu zu dem thema aber machen wir hier ist mal weiter mit kristin kapat-gonter und den ausschnitten einer zum thema eigenanbau eigenanbau so eigenanbau ist halt nicht offensichtlich noch nicht geklärt sonst wäre wahrscheinlich im koalitionsvertrag drin ich gehe davon aus die grünen haben das vorgebracht in koalitionsverhandlungen und haben nicht durchgekriegt ist das für dich vorstellbar tatsächlich dass es dabei bleibt ist der widerstand groß dass man das nicht durchgesetzt kriegt und am ende legalisierung ohne eigenanbau kommt ich würde es für völlig falsch halten also auch da gilt was ich jetzt die ganze zeit sage und das ist ja kein kein lippenbekenntnis ja sondern ich habe ja eine hohe irgendwie endogene motivation zu diesem thema weil ich einfach so fest davon überzeugt bin ja dass wir endlich mal diese diese prohibition überwinden müssen und die kontrollierte freigabe brauchen und für mich ist die kontrollierte freigabe und eigenanbau miteinander verknüpft ich wüsste gar nicht wie man das sauber getrennt voneinander argumentieren sollte ja weil natürlich der eigenanbau auch dem gesundheitsschutz dient weil die menschen ja dann einfach ganz genau wissen welches saatgut sie verwenden unter welchen bedingungen sie das anbauen und weil es die menschen ermöglicht sich auch unabhängig zu machen davon in irgendwelche geschäfte zu gehen und mir leuchtet halt dieses argument dass das irgendetwas erschweren würde überhaupt nicht ein ja wenn wir sozusagen tomaten also wenn tomaten legal sind kann ich mir tomaten auch anbauen ich kaufe kauf meine tomaten im bioladen weil ich überhaupt keine zeit habe mir das anzubauen aber wenn jemand das machen will kann der mensch natürlich tomaten anbauen warum das nun just bei cannabis anders sein sollte mir leuchtet das nicht ein ich finde wie gesagt dass man das auch nicht verargumentieren kann aber es stimmt dass es darüber im moment in der ampel noch keine finale verabredung gibt wie wir damit umgehen und zum auch nicht mal geklärt wer welcher ausschuss und welches ministerium federführend für das cannabis kontrollgesetz ist jetzt mit uns grünen verbunden also für ein gesetz zur kontrollierten freigabe von cannabis wer dafür zuständig ist wenn das mal geklärt wird dass das gesundheit ist was ich hoffe ja weil das diese ganze frage jugend gesundheitsschutz finde ich macht es sinn dass das bei gesundheit resultiert damit man das auch wirklich sorgfältig machen kann wenn sich dann parallel der verkehrsausschuss mit der führerscheinfrage befassen könnte oder wollte ja da hätte ich nichts gegen auch da glaube ich aber dass es letztlich darauf rauslaufen wird dass wir das insgesamt im paket machen das sagt sie zum verkauf von cannabis in apotheken ja und vielleicht noch mal apotheken also ich weiß nicht du hast ja jetzt noch eine andere frage aber apotheken und fachgeschäfte ich finde das ist total wichtig dass man das auch immer wieder ordentlich argumentiert ja also ich bin ja bei hart für fachgeschäfte die wirklich sich genau damit dann auskennen und auch genau dafür die mitarbeitenden geschult sind um eben cannabis zu verkaufen und das finde ich ist eine vernünftige vorstellung zu sagen wir haben da fachgeschäfte wo expertise vorliegt die genau diese diese produkte zur verfügung stellen oder verkaufen wo eben auch der jugendschutz eingehalten werden kann weil die wären erst ab 18 und die menschen wüssten halt auch wenn sie da hingehen dann kriegen sie eben eine ordentliche fachberatung zu diesen produkten geht natürlich da nur um cannabis als genuss mit den apotheken cannabis als medizin geht sie auch darauf ein ja sind ja immer nur ausschnitte die meisten themen sind länger als das was wir hier zeigen also guckt euch ruhig das ganze video an wenn ich es noch nicht gemacht habe oder noch mal ja man hört schon auch einiges raus da wenn sich die erste aufregung gelegt hat ja was man dann noch mal so in den anderen parts mitbekommt ich fand es wirklich aufschlussreich oder interessant und auch das schlusswort will ich euch nicht vorenthalten gut okay vielleicht zum schluss noch mal irgendwie freie rede bad kannst du den leuten noch positives mitgeben die da draußen schon völlig frustriert sind und irgendwie die revolution starten wollen und ja teilweise auch schon mal aggressiv werden weil sie denken das wird sowieso nichts die haben wieder alle nur unsere stimmen geklaut und wir wollen gar nicht legalisieren und so weiter wie ist dein ausblick der einigermaßen optimistisch klingt bisschen gute laune verbreiten mal gucken ob dir das gelingt ja weiß ich jetzt auch nicht weil ich ja merke dass die frustrationen hoch sind aber ich kann zumindest sagen ich bin nicht über twitter motiviert ne also wenn es da unterstützung gibt freue ich mich natürlich aber meine motivation für dieses ganze thema ist aus mir heraus und aus meiner erfahrung und aus meiner expertise heraus und wir tun und ich tue genau das was in meiner kraft und macht steht um jetzt hier zügig zu einer kontrollierten freigabe zu kommen und wenn das auf twitter negativ konnotiert beantwortet wird ja dann ist das so ja dann nehme ich das zur kenntnis aber ich glaube wenn wir hier weiter an einem strang ziehen dann sind wir stärker also davon gehe ich einfach aus okay auch mit dem handverband ihr habt schon gehört da im letzten thema das skeptisch bin was dieses argument angeht entkriminalisierung führt zu holländischen verhältnissen also fürchterliche gang kriminalität morde ohne ende das unsinn meiner meinung nach und wir sehen es natürlich alle so beim handverband kann ich glaube ich nachvollziehen wie das auf einmal kommt jetzt auf der seite der legalisierer und deswegen haben wir das noch mal in einem artikel zusammengefasst schön aufgedröselt logisch gedanklich sortiert sozusagen wie das überhaupt wie das zustande kommt dieses gerücht und was davon zu halten ist und tatsächlich ich habe zum ersten mal davon gehört über die polizeigewerkschaften ja das ist also eigentlich ein pr-gag der gegner der legalisierung gdp depolg bei der gdp war es eine pressemitteilung von gdp zoll abteilung zoll oder längere geschichte die die veröffentlicht haben quasi auf jeden fall gegen niederländische coffeeshop geschichten und dann reiner wenn von der deutschen polizeigewerkschaft allen wahrscheinlich bekannt aber von ihm mal ein kleiner ausschnitt das heißt es wäre überhaupt nichts verändert wenn man das jetzt einfach legalisiert außer dass der markt geöffnet wird und weiterhin illegaler anbauer stattfinden wird illegaler handel wir haben schon ein großes pilotprojekt in den niederlanden da wissen wir und sehen wir wohin das führt wir werden genau diese holländischen verhältnisse bekommen mit illegalem anbau illegalem handel mit bandenkriegen auf offener straße und das sind noch einmal genau die zustände die wir nicht haben wollen ja also der vergleich mit mit den niederlanden hinkt schon deswegen weil da ja die coffeeshops sind und der verkauf geduldet wird an erwachsene und hier bei unserer entkriminalisierung vor der legalisierung geht es ja nur um die konsumenten selbst und nicht um abgabe oder so ist also ganz was anderes eigentlich das einzige was plausibel ist dass durch die coffeeshops vielleicht mehr touristen weil sicher mehr touristen in die niederlande gelockt werden und das den markt vergrößert ja insofern vielleicht auch für gangs irgendwie interessant aber wie gesagt darum geht es ja hier gar nicht in deutschland und wichtig ist natürlich auch bei der ganzen geschichte die entkriminalisierung führt nicht zur ausweitung des konsums dafür gibt es keinerlei wissenschaftliche erkenntnisse auch wenn cdu politiker das ständig behaupten dass ja irgendwie logisch ist das zunimmt ja aber es ist nicht so da habe ich auch gerade vor kurzem noch mal so eine europäische studie hier erwähnt vor zwei wochen oder so dass sie noch mal geguckt haben und nichts gefunden haben hinweis darauf hatte hatte das vorgehen gegen konsumenten für zu weniger konsum oder umgekehrt außerdem steckt ja auch dahinter letztendlich so die so die idee in deutschland hätten wir keine organisierte kriminalität und keine morde auf der straße von irgendwelchen drogen bannen klans und rockers und was weiß ich ja und italienische mafia ist halt duisburg schießerei vor der pizzeria vor paar jahren auf jeden fall wir haben dasselbe probleme mit prohibition und das ist vollkommen unabhängig davon ob die konsumenten entkriminalisiert sind oder nicht gerne noch mal lesen den artikel wenn euch da noch mal jemand mit kommt na mit holländischen verhältnissen dann habt da den artikel dazu so jetzt zu einem interview in der welt mit drogenbeauftragtem blinat auch da paar interessante punkte auf die ich eingehen will paar zitate erstmal geht es um werbung für alkohol und tabak sollte man für psychoaktive substanzen wie alkohol tabak und andere drogen werben dürfen blinat nein ich halte es für erforderlich die werbemöglichkeiten für alkohol und tabak ganz deutlich zu beschränken auch die werbung für glücksspiel halte ich für unangebracht das finden wir gut ja zeigt auch noch mal was wir so fordern an einschränkungen für cannabis verkauf zum beispiel verkauf in fachgeschäften keine werbung das sind ja dinge die wir selber auch in den ring werfen aber immer auch mit der forderung zusammen das wäre für alkohol auch sinnvoller zu machen ja und insofern macht es für uns sinn was blinat da sagt keine werbung es geht aber auch noch weiter verkauf ab 18 für mich sprechen viele medizinische argumente dafür das erwerbsalter für bierwein schaumwein auf 18 zu erhöhen andere länder haben damit gute erfahrungen gemacht was politisch möglich ist wenn wir sehen auch daher angleichung grundsätzlich sinnvoll wobei der kommerzielle verkauf an unter 18 jährigen muss wirklich nicht sein sehen wir auch so aber die abgabe wenn ältere dann irgendwie den jüngeren was mitbringen oder geschwisterfamilie und so ich denke da ist unrealistisch zu denken dass man das schafft jetzt das jugendliche nicht konsumieren und da kommen wir dann eben auch zum nächsten punkt wo blinat sagt was jedenfalls so gar nicht geht ist das sogenannte begleitete trinken heute kann ein 14 jähriger im beisein der eltern in der kneipe ein bier bestellen gut kneipe bier ist vielleicht ein bisschen hartes beispiel ja aber wenn ein 17 jähriger zu hause bei einer geburtstagsfeier oder weihnachten oder was mal quasi im behüteten rahmen alkohol ausprobiert wer mir das lieber als eltern oder ist mir lieber als vater als wenn das irgendwo im park passiert und die dann irgendwo rumliegen oder so ja da auch mal ein hinweis auf ein interview mit dem altbekannten forscher hurlmann der tatsächlich da dagegen ist er sagt das ist unrealistisch hier was linat da fordert ich habe es mal in die video beschreibung gepackt hört mal da rein zum thema konsum das fand ich auch total spannend ja ich hatte gerade letzte woche erst noch mal jetzt gezeigt wie nino vora aus der schweiz darauf antwortet auf die frage ob er schon konsumiert hat ja die legeleis aktivist der dann sagt ich wegen der prohibition ist ja immer noch verboten habe ich gerade wahnsinns erinnerungslücken ja was die letzten drei jahre angeht bill clinton hat dazu gesagt er hätte mal daran gezogen aber nicht inhaliert ja ist also ein altes thema das ganze ja was mit ihrem eigenen konsum und die welt fragt also wann haben sie ihren letzten joint geraucht bin hat auf diese frage werden sie keine antwort bekommen warum nicht bin hat weil es auf mich und meine etwaigen erfahrungen an nicht auf mich und meine etwaigen erfahrungen ankommt das versperrt den blick auf die gesellschaftlichen probleme die wir mit der bisherigen politik haben tabuisieren sie das thema damit nicht also dritte nachfrage noch mal es geht hierbei nicht um meinen eigenen konsum oder nicht konsum was wir brauchen ist einen neuen gesellschaftlichen umgang mit drogenkonsum insgesamt also das ist sichtbarer teil des paradigmen wechsels von dem blinert immer redet ja ist ja da noch sehr im theoretischen bereich unterwegs jetzt nicht unbedingt so am klein klein der gesetzveränderung aber das hier ist im prinzip wirklich auch ein zeichen dass sich was verändert ist noch nicht am ende angekommen hat jetzt ein drogenbeauftragter ganz entspannt sagen kann ja ja klar letzte joint am wochenende oder so ja aber immerhin ist ein fortschritt insbesondere wenn man sich anguckt was die vorgängerinnen zu dem thema gesagt haben daniela ludwig 2019 haben sie konsumiert nein ich bin in solchen dingen null neugierig und er der vorsichtige typ was ich über cannabis weiß ist abschreckend genug oder marlene mordler 2016 ich habe nicht gekifft nee ich brauche das nicht ich will das auch nicht nö so sehr mordlerisch ja und jetzt haben wir einen drogenbeauftragten der eigene cannabis erfahrung nicht mehr abstreitet oder jedenfalls auch keinen wert darauf legt das zu tun ja ich nehme an er hat konsumerfahrungen vielleicht auch nicht wie auch immer ist ja nicht wichtig ja das ist schon mal ein zeichen dann weiter zur entkriminalisierung aller drogen bei blinat welt sie sprechen von einer neu ausrichtung der drogenpolitik bedeutet dies dass sie auch den besitz für den eigenkonsum weiterer drogen straffrei machen wollen maßstab ist der koalitionsvertrag in dem wir eine kontrollierte abgabe von cannabis vereinbart haben in gesundheitlichen fragen ist das strafrecht keine therapie sondern eher problematisch und behindernd im mittelpunkt sollte die gesundheit stehen nicht das strafrecht drogenkonsumierende sollten nicht stigmatisiert werden sondern gehör und akzeptanz finden aber dann wir sollten das thema aber nicht überreizen es stehen große aufgaben vor uns die erst mal angepackt werden müssen und hier sieht man wieder die angst vor den reaktionen der gegner wie bei kapat gonta und eigentlich auch heilenblut ja die haben alle angst jetzt irgendwie dass die gegner fürchterlich hochfahren und ihnen alles aus der hand schlagen so ungefähr das ist ja merkwürdig ein bisschen auch der gedanke dass die vorher in der opposition waren grüne jedenfalls und fdp und dann da immer gesagt haben ja wir können ja nichts machen wir sind ja in der opposition und jetzt sind sie in der regierung und haben angst vor der opposition ja das ist so ein bisschen kommt einem auf den ersten blick ein bisschen verrückt vor aber irgendwie ist das auch normal bei einem thema wo wirklich die gesellschaftliche mehrheit nicht klar ist wir haben jetzt 49 zu 46 prozent pro legalisierung eine mehrheit keine mehrheit haben wir keine absolute mehrheit und bei solchen dingen ist es dann oft so dass das ganze eine wackelige angelegenheit ist habe ich von anfang an ja auch gesagt ja das ganze wird noch schwierig ist noch nicht in trockenen tüchern also diese angst vor den reaktionen ist überall spürbar und insofern schön dass ich bin halt so ein bisschen rantastet an die entkriminalisierung aller drogen konsumenten aber dann eben auch sagt ja komm machen wir erst mal cannabis legalisierung fertig und die gegner die sind die ganze zeit aktiv nicht erst wenn man die entkriminalisierung früher macht so wie man das bei kristin kapat-gonter ein bisschen raushört sondern die sind ja schon da haben wir jede menge negative artikel über cannabis gerade psychosen und berichte über cdu politiker die von den landesregierungen insbesondere die vor der legalisierung warnen und diese woche waren dass zum beispiel die niedersächsische justizministerin havliza havliza keine ahnung da hat gesagt wie das gift für junge menschen cannabis und das ist alles ganz gefährlich genauso wissenschaftsminister sebastian gemko aus sachsen auch cdu und immer schön garniert dann haben sie ein paar unionsnahe suchtberater dabei die oder psychiater die dann vor dem problem mit cannabis erzählen also die sind schon längst alle da und tatsächlich vielleicht auch ein problem ja angenommen die schaffen das den gesellschaftlichen trend wieder ein bisschen zu drehen dann wird das schon schwierig für die koalition trotzdem jetzt haben sie die mehrheit sie haben den beschluss sie haben koalitionsvertrag soll total gefälligst machen ja die cdu hat sich noch einen super trick ausfallen lassen die sind ja jetzt opposition üben das noch ein bisschen da ein bisschen zu bohren und zu piksen und sie haben eine lücke entdeckt zum reinschlagen und zwar bei jem ötzemir der ja landwirtschaftsminister geworden ist und bei seiner ernennung sofort auf cannabis legalisierung gegangen ist der erste bundesminister der ampel der mal vernünftig fort vorwärts irgendwie sich zu cannabis geäußert hat aber inhaltlich ein bisschen komisch weil er sagte die bauern stehen in den startlöchern dann das marihuana auch zu produzieren und dann würde bald hanf auf deutschen äckern wachsen das ist insofern quatsch habe ich damals auch gleich gesagt so im dezember weil nutzhanf gibt es ja schon in deutschland ja darauf hat er sich auch bezogen das wusste scheinbar zu dem zeitpunkt gar nicht und marihuana wird wahrscheinlich nicht großartig auf dem acker angebaut und haben die cdu gleich hat auch gemerkt so jetzt haben wir ihn haben eine kleine anfrage gemacht zum thema cannabis als medizin erst mal aber auch schon mit dem intro ja was hatten wir da erzählt im ergebnis erst mal die zahlen der verbrauch von medizinischem cannabis ist drastisch gestiegen von acht kilo 2011 auf 9000 kilo neun tonnen im jahr 2021 führt dann zu überschriften wie rheinische post online drastischer anstieg bei ausgabe medizinischen cannabis in apotheken weil jetzt klar ja 2017 ist überhaupt das gesetz in kraft getreten dass ärzte cannabis verschreiben dürfen vorher einzelverschreibungen ganz seltene und es ist kein wunder da eine riesen spannung nach oben ist aber in der antwort ist auch enthalten dass fast alles die ganze menge importiert worden ist seit 2011 der heimische anbau kommt jetzt langsam in gang aber der ist halt nicht auf dem acker sondern komplett indoor und jetzt komme ich damit gleich zum nächsten thema nämlich ob landwirte davon jetzt profitieren oder nicht ja also wir bleiben bei dieser diesem tollen cdu trick ja mit diesen daten und jetzt haben sie irgendwie das futter für den großen örtzen mir skandal landwirte profitieren gar nicht davon wenn demnächst potentes cannabis in deutschland angebaut wird viele überschriften bis jetzt auch noch heute noch mal hinterher scheint erst mal noch ein paar tage zu brennen landwirte profitieren nicht von der legalisierung und so kann es die cdu schön kritisieren kann die zielgruppe landwirte ein bisschen streicheln und die landwirte selbst die bauern waren schon im dezember auch haben schon darauf hingewiesen auch nach örtstemirs statement da dazu nicht viel vom kuchen abkriegen werden nach der legalisierung und das meiste wird am ende wahrscheinlich in gewächshäusern angebaut dann sind auch mehr gärtner als bauern am ende und gewächshäuser statt äcker aber immer arbeitsplätze und einkommen gibt es ja auch da trotzdem und die gärtner sind sogar mit den landwirten zusammen beim bauernverband organisiert das heißt dem bauernverband kann unterm strich auch egal sein trotzdem die mitglieder die profitieren wenn gut läuft und nicht dann alles nur noch unter lampen eingebaut werden darf was verschwiegen wird bei der ganzen geschichte wenn die regeln nicht zu streng gefasst werden wird wahrscheinlich schon eine gewisse marktnische auch für outdoor cannabis da sein und das zeigt ein besuch beim landwirt wilhelm schäkel in brandenburg der eben auch scheinbar bock darauf hat potenteres cannabis anzubauen aber eben auch sagt hat wird nicht das ganz große knallgras werden und weist darauf hin dass outdoor eigentlich bei bei den witterungsverhältnissen die er da hat oder wir in deutschland haben wahrscheinlich freiburg kann vielleicht ein bisschen mehr er spricht davon mehr als zehn prozent thc wird es kaum geben also eher leichte gut verträgliche sorten und da wird es einige leute geben die genau das haben wollen fürs klima ist auch besser kein strom in der produktion gute sache und zu dem rbb bericht hier ein kleiner ausschnitt da haben wir aber zu genusszwecken hier bei uns können wir uns sehr gut vorstellen das würden wir gerne machen und auch auf dem acker mal neue sorten sehen also dass ein cannabis was so richtig knallt wo die leute drei stunden auf dem sofa liegen und nicht wieder aufstehen wollen das kann man sinnvoll nicht auf dem acker anbauen und auch im gewächshaus ist es fraglich dazu braucht man halt eben spezielle anlagen und noch paar kleine nachrichten hinterher bisschen personal hat sich noch mal geklärt die union cdu csu fraktion im bundestag hat eine drogenpolitische sprecherin benannt jetzt simone borchardt da zeigen wir euch erst mal nur ein bild für heute ja kann ja nicht viel zu sagen weiß nicht ob die schon mal was dazu gesagt hat ja wir haben auch da spaß selber mal eine termin anfrage gestellt mal gucken ob das zustande kommt ob wir uns mal kennenlernen und dann nächstes thema auch die linken haben ihren drogenpolitischen sprecher benannt artes gürpina geschrieben vielleicht sprich mal artes weiß nicht kann er mir dann selbst erklären hoffentlich bald der ist stellvertretender vorsitzender der linken im bund also weiß nicht wieviel stellvertreter die haben wahrscheinlich eine ganze menge aber ist einer davon und sprecher der linken in bayern und hat sich auch schon mal sehr klar pro cannabis legalisierung geäußert auf abgeordneten watch habe ich euch mal einen link reingeworfen im oktober hat er ganz klar klare kante für legalisierung angesagt so letztes thema da muss ich auch schnell los paul burger aus österreich hatte ich ja erzählt der jetzt auf grundlage unserer mustervorlage zum verfassungsgericht gegangen ist mit promi anwalt und so der hat jetzt mit der aktion auch ins österreichische fernsehen geschafft und da zeigen wir euch noch ausschnitte einmal von puls 24 sind gute dinge dass sowie in zum beispiel italien mexiko oder südafrika auch der österreichische verfassungsgerichtshof sich dafür entscheiden wird dass es im privaten leben platz gibt für erwachsene cannabis zu besitzen und zu konsumieren so und ein ausschnitt von paul burger im urf haben wir noch für euch ich möchte in ruhe gelassen werden wenn ich selbstbestimmt entscheide etwas zu konsumieren so wie das auch bei den leuten passiert die sich für tabak alkohol koffein oder zucker entscheiden und damit komme ich zu den terminen ortsgruppen treffen allesamt glaube ich wieder und zwar in stuttgart am 18 februar freitags dann am samstag 19 braunschweig 20 februar treffen in oldenburg in hamburg dienstag 22 februar heidelberg auch 22 konstanz gründungstreffen der ortsgruppe konstanz wird sie es schaffen sich zu gründen kommen genug leute konstanz könnt ihr jetzt wenn ihr da seid und euch vorstellen könnt aktiv zu werden vielleicht mit entscheiden ob diese ortsgruppe erfolgreich wird oder nicht hingehen in oldenburg infostand noch mal der ortsgruppe samstag 26 februar und noch mal oldenburg treffen sonntag 27 februar manche von den treffen sind online manche nicht guckt in die terminliste wenn euch das noch mal interessiert link in der video beschreibung das war es ich gehe jetzt gleich weiter bisschen für euch lobbyarbeit machen lustig ist ja auch wie die leute meine rolle bei den interviews sehen ja von wegen hast du dich hast ja gar nicht richtig druck gemacht oder so ja oder den mal erklärt wie der hase läuft ja bei den interviews frage ich natürlich und will mal hören was die zu sagen haben jetzt so hintergrundgespräche ohne kamera da lass ja ein bisschen was expertise da um tisch liegen sozusagen jetzt aber liked dieses video wenn es euch gefallen hat drückte die glocke wenn ihr abonnenten seid wenn ihr keine abonnenten seid abonniert diesen kanal und ich wünsche euch noch einen schönen tag und ein geruhsamen abend Abonnate den hier bis jetzt und beim